Willkommen zurück. Ich will auf diesem Planeten. Wir gehen in die Dschungel-Map. Schauen wir mal, ob wir etwas Neues, ich kann keine Armrüstung, obwohl ich mir welche hergestellt habe, ausrüsten. Ich will Twain the Rock Johnson mitnehmen. Vettra, normal müsste man für alles Yarl mitnehmen. Bibi. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich diese Kombination jedes Mal nehmen. Jedes Mal Bibi und Yarl. Aber, na, machen wir, machen wir Vettra, nehmen wir Vettra. Wir werden sowieso durchtauschen, so viel wie es geht. Den brauchen wir hier unten nicht. Also bestätigen. Und ab in den Dschungel. Ich schicke ihn in den Nav-Punkt für Darpa-Lev. Das Team der Moschei sollte dort sein. Rockin' Pro. Ich will dich gern mitnehmen, aber ich versuche ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug. Anomalie auf den Sensoren. Etwas Großes. Möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Also, sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Ich bringe uns rein. So, und wenn das nächste Mass Effect so gut ausschaut. Von der Atmosphären, Himmeltexturen, Pflanzen und so welchen Dreck. Naja, kein Dreck halt. Da finde ich es leicht schade, dass sie kein Remake gemacht haben von der Legendary Edition. Das hätte... Das wenn sie wahrscheinlich sowieso nochmal in der Zukunft machen, in ein paar Jahren, 10 oder 15 Jahren. Dass sie da ein Remake draus machen, aber das hätte so mehr rausbekommen können. Da schaut es gut aus. Da haben wir schon wieder Thumbnails überall. So, wie spiele ich diese Spiele noch schnell? Wir haben eine Sandsturmwaffe bekommen. Okay, das sagt mir nicht viel. Einfach geradeaus weiterlaufen. Eine Sandsturmwaffe haben wir bekommen. Das ist der Sniper. Das ist auch 9 mit. Ich bin zu viel Spiele gerade. Wo sind die Viecher? Ich habe auf meinen Sturm geworfen. Das Klobomben. Das wird schon durchgewechselt beides. Ich will meine Waffen testen. Unsichtbar. Verstehe. Das Ziel war das gerade nicht. Okay. Ah ja. Ja, das haben sie. Interessant hier. Neckluch. ZEIU brauchen wir, was Kupfer war. Was Kupfer. Oh ja, die Testenkombinationen werden mich jetzt schon vernichten. Wenn ich das hier... Okay, passt, passt. Wir brauchen ja nichts Speichern. Ich spiele gerade so viele verschiedene schwierige Spiele, dass wir bei einem Spiel nicht auf höchster Schwierigkeit spielen müssen. Let's... Gehen wir mal hineinschauen. Da bin ich nicht rein. Oh. Superchamp, Ryder. Öffnen. Jo, was geht ab, Jungs? Ich weiß nicht recht, Jor. Es ist riskant, einen Fremden auf Havaral herumlaufen zu lassen. Sie kennen die Gefahren. Ich hatte ja angeboten, ihn zu begleiten, aber er will meine Hilfe nicht. Oh. Oh, wirklich. Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht begleiten soll? Ich halte es für keine gute Idee, wenn Sie sich ohne einen Angara an Ihrer Seite in angaranischem Gebiet aufhalten. Ich kenne Havaral. Außerdem laufen Sie ohnehin schon Gefahr, ohne jede Vorwarnung von Rokar erschossen zu werden. Er hat recht. Wir kennen diesen Ort nicht. Er aber schon. Entspann dich, Mom. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Mom? Wenn ich schon nicht mit Ihnen kommen kann, sollten wir zumindest Funkkontakt halten. Hat er Pibimam genannt? Vom Alter könnte das passen. Und sie steht wahrscheinlich drauf. Erzählen Sie mir mehr über Havaral. Unsere Chroniken deuten darauf hin, dass Havaral die Heimatwelt der Angara ist. Wir haben hier eine Zivilisation aufgebaut, die sich anschließend über den gesamten Cluster ausbreitete. Dann kam die Geißel. Und hat das alles zerstört. Es hat gedauert, aber wir haben uns davon erholt. Ich muss gehen. Wir unterhalten uns später weiter. Natürlich. Ich werde hier sein. Ich muss sagen, Havaral ist wirklich wunderschön. Die Schönheit des Planeten ist momentan meine geringste Sorge. Wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen. Sie sind in einer Art Relikt Stasefeld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Sind Sie noch am Leben? Ihre Vitalwerte sind stabil und Ihre neuralen Muster ähneln denjenigen von Personen im Tiefschlaf. Wir haben Sie verschiedenen Stimuli ausgesetzt und Ihnen Kichari injiziert. Aber nichts hat funktioniert. Lassen Sie es Ryder versuchen. Er hat mit Relikt-Technologie in einem Gewölbe interagiert. Oder zumindest behauptet er das. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut. Wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier. Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Jo, sonst noch was? Das Datenbett. Nein, nein. Ich lese zur Zeit in Dormand schon genug. Okay, du hast den Nebenquests, die ich vielleicht machen werde. Ich habe den Hinweis gehört, dass Sie hier draußen sind. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, Sie persönlich zu treffen. Mein Name ist Ryder. Ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Es heißt, Sie wollen uns helfen. Ich frage mich, was Sie wohl so alles tun würden. Ich bin bereit zu beweisen, dass meine Leute gute Verbündete sind. Eine starke Aussage, die aber meine Frage nicht beantwortet. Mein Name ist Rochelle Weir. Ich bin Archäoastronomin. Ich durchsuche unsere alten kulturellen Aufzeichnungen auf astronomische Phänomene. Ich setze das verlorene Wissen früherer Zeiten wieder zusammen. Ich will unentdeckte Kolonien finden, mit denen wir den Kontakt verloren haben. Potenzielle Verbündete gegen die Kett. Sie denken, dass es Angara-Welten gibt, von denen Sie nichts wissen? Genau das wollte ich herausfinden. Und dann passierte diese Katastrophe, als ich gerade nicht da war. Ich dachte, mein Zuhause und damit meine gesamte Forschung wären zerstört. Aber dann habe ich erfahren, dass ein Teil des Gebäudes noch steht. Ich wollte meine Forschungsdaten rausholen. Aber die wilden Tiere lassen mich nicht in die Nähe meiner alten Wohnung. Ihre Arbeit ist zu wichtig, um sie aufzugeben. Wir holen sie zurück. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Holen Sie einfach mein Forschungsmaterial aus dem Computer. Ich halte über Funk Kontakt zu Ihnen. Danke für Ihre Hilfe. Das ist doch egal, was für Tiere wir haben. Okay. Texte zum Lesen. Nein, nein. Ich will nicht lesen. Oder vibriert. Wir wohnen reinigen. Ja, okay, okay. Sonst noch jemand, der chatten will. Chatten ist okay. Aber reden? Nein, das ist zu viel verlangt. Ach, was sagt die Karte? Die Karte sagt... Persönliche Wahl... Nehmen wir die linke Seite. Nehmen wir die linke Seite zuerst. Wo kriege ich mein Piken hin? Hier unten? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Jo. Passt. Dann hopfen wir mal höher als Bäume. Puh. Ah, ich wollte meinen Sniper wegswitchen. Kleine Käfer. Ja, das ist ein Schuss-Sniper, das nicht mal One-Shot macht. Dann macht's One-Shot. Ah, ich will die Piranha. Piranha... Bites. Goddammit. Okay, calm down, Superjump Rider. Machen wir schnell die Mission im Schnelldurchlauf. Superjump Rider. Ta-da. Pathfinder. Hier spricht Rochelle Veer. Sie nähern sich den Überresten meines Hauses. Ich registriere mehrere Lebensformen in dem Bereich. Ihre Bewegungen wirken unruhig und aufgeregt. Ich glaube, wir haben ein Nest aufgescheucht. Ah, Piranha ist so cool. Bisschen Waffe. Ich habe ja biotische Kräfte in diesem Spiel. Alle erwischt. Gut zu wissen. In die Loot, Alter. In die Loot. Verdammt, habe ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. So viel Elex und Star Wars gegrindet. The Dolmen, dass ich ein bisschen was im Vorhinaus habe. Pathfinder, Ihr Datenkern des Computers ist irreparabel beschädigt. Rochelle, hier Ryder. Wir sind in Ihrem alten Zuhause, aber Ihre Forschungsdaten haben nicht überlebt. Die ganze Mühe und das Risiko umsonst. Tut mir leid. Es war das Risiko wert. Wir hatten einfach nur Pech. Jahre meines Lebens. Einfach dahin. Hatten Sie keine Backups? Doch, natürlich. Aber die wurden zusammen mit dem Netzwerkspeicherzentrum der Stadt unter der Erde begraben. Selbst wenn Sie einen Zugang an der Oberfläche finden würden, wären die Chancen, etwas zu retten, minimal. Mir reicht völlig, dass es eine Chance gibt. Versuchen wir es. Die Übersetzung war nicht ganz vollständig, aber ich erkenne Optimismus, wenn ich ihn höre. Ich kann Sie grob in die Richtung führen, wo das Netzwerkspeicherzentrum früher war. Sie müssen nach einem freiliegenden Netzwerkknoten suchen. Ich warte. Danke, Pathfinder. Ist das in der Nähe oder ist das wieder irgendwo ganz anders, wie es typisch für dieses Spiel ist? Schauen wir auf die Karte. Okay, gehen wir hin. Gehen wir hin. Mit unseren Superjump-Fähigkeiten ist das eh kein Problem, in dieser Map herumzukommen. Huh, genau. So, durch das an. Verdammter Jumps, der Typ. Was bist du? Ich denke, sie können mich einfach angreifen. Wie Superjump-Rider. Gezappelt noch immer. Auch mehr Loot. Ja, mehr Loot. Gut, Habe-Team. Gut, Habe-Team. Superjump-Rider. Gut, Habe-Team-Pathfinder. Ich habe Energiewerte geordnet, die zu einem aktiven Netzwerkknoten passen. Auf der Oberfläche? Das werden wir herausfinden. Stopp damit. Dann sind wir doch das Feuer. Eyo, Bro. Sie sollten gehen, Besucher. Es ist nicht sicher. Und ich kann keine Verantwortung für Sie übernehmen. Sie hätten mich warnen sollen, dass Sie kommen. Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass die Feuer sich nicht ausbreiten. Ich bin ein Landvermesser und Ingenieur von der Station. Ich muss Treibstoff aus den hier vergrabenen Rohren ableiten. Das wird die Flammen löschen. Irgendwann. Was hat diese Brände verursacht? Haben Sie einen Notfall? Die Sadar war früher eine viel größere Siedlung. Die Weltnis hat ihn erobert. Oben und unten zerstört. Pflanzenwurzeln haben eine unterirdische Treibstoffleitung aufgerissen. Und ein Funke hat dann diese Feuer entfacht. Ich gehe dann mal. Seien Sie vorsichtig. Sie auch. Ich schaue. Das lief gut. Ja. Goddammit. Dann hoppen wir halt rüber. Und bitte. Netzwerkverbindung wurde hergestellt. Ich melde mich an. Suche. Ich habe sie gefunden. Die Forschungsdateien werden heruntergeladen. Und? Das war's. Sie haben es geschafft. Und Sie wollten schon aufgeben. Ich werde mich nie wieder von irgendetwas abhalten lassen. Nur weil die Chancen schlecht stehen. Wenn wir diese Daten sicherstellen konnten, können wir vielleicht auch auf alles zugreifen, was bei der Katastrophe verloren ging. Ich werde meine Kollegen informieren. Sie haben etwas Unglaubliches vollbracht, Pathfinder. Das klingt nach einer kleinen Nebenaufgabe, wo nicht viel passiert ist. Das ist jedes Mal falsche Taste für die Map. Liegt einfach irgendwo meiner Meinung. Okay. Hier rauf als nächstes. Aber zuerst gehen wir neben mir zu diesen Außen. Und achten Sie auf Roka. Sie sind angaranische Fanatiker, die alle Aliens hassen. Und vermutlich ohne jede Vorwarnung schießen werden. Ach. Wie nett. Ich habe die Angst, aber. Sie haben sie. Sie haben sie. Sie haben sie. Oh. Okay. 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 Ich werde sofort rauskommen. Der Nomad kann ja nicht angefreuert werden. Haben wir auch nicht vor. Wir haben Chums, Baby. Schaut ihr das an. Huh. Gehälter. Hier gibt es viel kleinen Loot. Alles ein bisschen verwinkelt hier. Okay. Chum. Ride on. Die Einsiedlerin, die den Cap gemeinsam mit Axel entkommen ließ, blieb in die Selle. Äh, werft dich klüger, wenn Jarl uns begleitet? Dann greif ich mal in die Schreckliste. Letter! Das ist doch egal. Das schaffen wir auch ohne Jarl. Nicht auf mir Jarl in mein Müsli reinzuwürgen, forßen, was. Passt mit mir nicht. Ich brauche einen CU-Planeten. Und meine N7-Rüstung. CU für N7 haben. Ich habe reingespawnt. Hopp. Gleich kommt. Einer weniger. Ich habe mich irgendwo hingeschossen. Hier, was? So. Komm schon. So viel Gewalt. Was den vielleicht angetürnt gibt, klungen. Gewalt sexy. Ein bisschen. Warum kann ich den scannen dann? Ah, die Lampe. Da kriegen wir relevante Daten anscheinend. Ich seh die Ludwiste. Nichts noch hier rein. Ich hebe die Verriegelung auf. Guter Jump, Baby. Kommt sie nicht näher. Und los. Ich habe nicht vor, Ihnen etwas anzutun. Zu können. Fassen Sie mich nicht an. Sie brauchen medizinische Versorgung. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Dafür habe ich gesorgt. Sie haben sich das selbst angetan? Die Kette. Ich kann nicht wieder dorthin. Niemals. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Je mehr Sie sich anstrengen, desto schlimmer werden die Schmerzen. Ich bin noch nie zuvor einem Menschen begegnet. Sie sind ganz anders, als er sie beschrieben hat. Sie meinen Axel? Er hat mich gerettet. Er gab mir die Chance, nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben. Und zu sterben. Ich muss ihn finden. Ich wollte ihn noch einmal sehen. Armes Ding. Sie sind die Augen noch leicht bewegt. Sie schlafen noch. Wir sind Axel keinen Schritt näher gekommen. Wir sollten Jarl informieren. Jarl. Thaldir wurde von einem Stoßtrupp der Kette angegriffen. Sie hat sich das Leben genommen, um nicht erneut in ihre Gewalt zu geraten. Es tut mir leid. Die Kette soll verdammt sein. Die einzige andere Person, die Axel noch erreichen könnte, ist die Moschai. Ein Grund mehr, sie zu retten. Was haben wir hier? Gewürbe. Nickel. Nickel and Dimes. Karte, Karte, Karte. Das überlegt. Und... Hier gibt es noch Sachen. Ah, speichern wir mal zum Spaß. Weil ich keine Audio-Probleme mehr habe. Uh. Was für ein Jump. Warum würde ich nur BB jumpen? Ah, jetzt so. Jetzt würde ich beide jumpen. Okay, weiter, 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 weiter. Ah, das Jump. Das Jump-Mode. Das ist genial. Es macht zu viel einfacher, das Spiel. Quality of Life Mold. Besser geht's gar nicht mehr. Okay. Nickel. Latin. Und nichts. Ich drüber hoffen. Oh boy. Nein. Nein. Es werden schon zu sehr gecheatert. Also links. Also links. Rundherum. Rundherum hier. Huuu. Verdammt. Sind diese Jumps gut. Ist so viel, dass ich gar nicht sehe, auf was ich schieße. Ich würde mich da gerade getötet haben. Ah, schau, schau. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist ein guter Sniper. Ich glaube, das ist ein guter Sniper, dafür, dass es ein Sturmgewehr ist. Okay, ich habe noch nie einen Pils schön gefunden, aber die sind es. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Seltsame leuchtende Pilze. Ich brauche heute nichts mehr. Das ist normal, oder? Sehr schönes Ding. Oh, so einer. Nein. Ja, gefällt mir die Sandschwirmen. Ich habe sogar getroffen. Wow. Gutes Sniper. Nein, das ist mein Sturmgewehr. Hier ist so viel Flora im Weg, dass ich gar nicht, keine Ahnung habe, was Loot sein könnte. Also, diese kleine Zone haben sie vollgepackt. Ich habe sie gefunden, die Forscher im Starsefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Ja, Controller, das plackt sich wieder. Das macht er gerade gerne. Okay, zur Zeit. Ach komm, Schrankkontroll da. Schaffst du's? Danke. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Hüfen. Danke für das Nutz-Rolle ist zur Abwechslung. Aber diese Dinge haben wir. Okay, schauen wir mal, ob sie wieder wecken kann. Dazu brauchen wir doch keinen Schal. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scott! Verscuttete Sterne! Was? Wer sind... Wir haben... Sie müssen mir nicht danken. Ich mache nur meinen Job. Noch mehr Aliens, die einfach so aus dem Nichts auftauchen. Was geht hier vor? Die Relikt-Tech hier hatte sie in einer Art Starse eingefroren. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Halten Sie sich von mir fern! Ich glaube, er erinnert sich nicht daran, dass er eingefroren war. Packt eure Ausrüstung zusammen! Wir gehen! Unsere Leute in Palave müssen erfahren, dass sich bei den Monolithen Aliens aufhalten. Oh! Oh! Das lief ja richtig gut. Wie sieht es bei Ihnen aus, Ryder? Haben Sie herausgefunden, was dem Forschungsteam zugestoßen ist? Wir haben das Starsefeld deaktiviert. Die Forscher sind wohl auf und bereits auf dem Rückweg. Das sind gute Neuigkeiten. Sie sollten auch herkommen. Ich habe den Eindruck, Kieran möchte mit Ihnen reden. Oh! Wo war es das hier? Sonst nichts? Nein! Ah! Nice! Nice! Das wird vielleicht der schnellste Weg raus sein, zu teleportieren. Was habe ich jetzt getan? Da haben wir dann noch eine Nebenmission. Oh! 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 Was doch immer das heißt. La Ratatatoriana. Das machen wir dann auch gleich. Okay. Machen wir das zuerst. Es ist Zeit, mehr Verwirrung zu sorgen. Oh! Die Mitgliedwechsel. Die Mitgliedwechsel. Vedra. Mit Drag ausgetauscht. Dann würde ich mal... Ah ja. Ich dachte, wir kriegen eine Katze hin. Ein freundliches Alien mehr. Du fühlst dich kein bisschen anders? Irgendetwas Neues von der Moschei? Warum du, Eddie? Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben. Bevor wir eingefroren wurden. Sie meinen, Thorianna? Sie haben Thorianna gesehen? Wieso unterhalten Sie und Thorva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kirin hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Ganz ehrlich, nach allem, was Sie erlebt haben, hätte ich es sogar verstanden, wenn Sie auf mich geschossen hätten. Aber wir alle sind froh darüber, dass das nicht passiert ist. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam, müssten Efra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kirin. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Eigentlich habe ich die. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havals ist krank. Es hat hier begonnen, mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir das selber auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur zwei von dreien aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mithrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Haval stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mithrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dort hinzugehen, aber sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Es wird ziemlich schnell schwarz, wenn sie mit uns redet. Ein zu schnelles Fade-Out. Hey, wer bist du? Was? Ist alles in Ordnung? Sie wirken verzweifelt. Wollen Sie einen Orden für diese scharfsinnige Beobachtung? Ja. Sie sind der Alien-Besucher, der auf Arya nach unserem Gewölbe gefragt hat. Sie haben von mir gehört? Wer nicht? Wenn merkwürdige neue Spezies auftauchen, spricht sich das rasch herum. Man kann nach den Kett nicht vorsichtig genug sein. Lush Anson, Historiker des Geschichtsspeichers, Arya. Hören Sie, wenn Sie nichts brauchen, würden Sie dann bitte gehen. Ich organisiere gerade einen Transporter runter von diesem verfluchten Planeten. Sie scheinen Haval nicht sonderlich zu mögen. Die anderen Regionen von Haval sind okay, aber das hier? Oh nein, mit dieser Wildnis komme ich einfach nicht zurecht. Glauben Sie, diese Schutzräume wären sicher? Weit gefehlt. Heute Morgen habe ich eine dornige Ranke in meiner Koje gefunden. Ich bin hier gestrandet, weil ein Ast den Energiekern meines Shuttles durchbohrt hat. Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Alter, ich habe heute Dolmen gespielt. Und die Pflanze hat mir einen Herzinfarkt gegeben. Ich weiß gar nichts von miesen Pflanzen. Hast du Star Wars schon gesehen? Da gibt es auch miese Pflanzen. Die sind zwar nicht so intensiv mies, aber dennoch. Okay, verdammt, muss ich... Was bist du? Nein. Muss ich mit dir nochmal reden? Was sagt die Karte? Wo ich was anderes markiere? Karte sagt's. Ich will zu den Turianern. Ich weiß nicht, ob die diese Schnellreise sich wirklich auszahlt, aber... Mal. Tschauen. Was hat das gesagt? Was waren wir unten? Ein frückten Krugianer. Bibi! Hey! Waaah! Eben gespuckt. Dann werden wir mal runterziehen. Das Ding, da sind doch gar keine Gefahr. Ich weiß nicht, warum wir die auslöschen. Ich erkenne da gar nichts. Da ist so viel Dschungel im Weg. Der schießt auf mich. Oh, der. Oh, der. Lade Munition nach! Wie schmeckt dir das? Da kommt schon ein Gruganer. Da drinnen haben wir was. Oh, der kommt. Der kommt. Ich hab keine Ahnung was auf mich schießt. Ich sehe nur Pflanzen. Da drinnen haben wir was. Ich kann nicht sterben jetzt. Ja. Der hat gar nichts gemacht. Hier brauche ich meine Spezial-Sachen. Die Leute sind miteinander verbunden und schicken Anweisungen über die ganzen Planeten. Nein. Aber mit nur zwei von dreien ist es, als würde der Planet einen Code ausführen, in dem ein Stück fehlt. Warum ist er dann nicht auch so kaputt wie die anderen Welten, die wir gesehen haben? Das könnte etwas damit zu tun haben, wie Haval ursprünglich war. Vielleicht sind die Anweisungen eines Gewölbes ja bei jedem Planeten anders. Das ergibt doch Sinn, oder? Oder? Ja, ja, ich stimme dir zu. Ich war überhaupt nicht mit meinen Gedanken irgendwo. Aber auf jeden Fall eine Ahnung, was hier abgeht. Da kommen sie! So viel Gewalt. Ja, und versuche da mal Übersicht zu behalten. Gleich echt jetzt. Ich habe keine Übersicht. Jetzt habe ich ja gar nicht töten. So fies. Und dann schießen wir. Verdammt ist die Übersicht schlecht. Echt krass. Die Übersicht ist weggerannt. Und dann holen wir uns in Tracks. Ja, ja, gut. Es ist schon zu spät dafür. Nur leid. Die Aliens kommen und roten dich aus. Verdammt ist die Übersicht auf diesem Planeten schlecht. Die Übersicht sind doch freundlich, oder? Die Übersicht sind doch freundlich, oder? Hat sich gesagt, sie rocken oder wie ratten? Klappt damit. Was haben wir denn noch hier? Wie lange sind wir denn schon in der Folge? Haben wir schon die Stunde vor? Glaube ich noch nicht. Oh, 40 Minuten. Geil. Was haben Thurianer hier verloren? Das sind Lathanos Uniformen. Die Thurianische Arche? Da hat der Munition nach. Okay, du bist ein Deckung, Alter. Ein Millionen Schuss. Danke, danke. Oh, das war ein guter. Verstärkung. Was? Ah ja, ich seh's. Machen wir eine Überraschungsparty für sie. Komm schon runter, Jungs. Das ist schon zu spät. Du bist doch schon tot, Alter. Ey, Alter. Und dann. Wo ist eure Farbe hin? Das ist nicht das. Genau. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die Datenblätze überhaupt aufnehme, wenn ich sie nicht durchlese. Nicol. Sehr wichtig. Verdammt ist die Übersicht hier schlecht. Okay, kämpfen wir uns durch den Dschungel durch, ich meine es ist ein Dschungel, aber ich bin ja kein Twainter Rock Johnson, dass ich mir hier auskenne. Was ist das? Was hat das für ein Geräusch, Bibi? Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Wir werden es nie anhören, Sam. Nie. Nie. A.O. Bro. Mit einem Avenger, genau. Ein Bauchschuss. Äußerst schmerzhaft. Danke für Ihre Hilfe. Mein Name ist Arvitas Riggs. Tut mir leid, wenn meine Methoden ein wenig extrem erscheinen. Das Leben als Zivilist ist ... schwierig. Ryder, ich bin der menschliche Pathfinder. Waren Sie früher Soldat? Ich war Inspektor. Special Tactics and Reconnaissance. Ich habe 15 Jahre lang die Drecksarbeit für den Rat erledigt. Sie sind es also gewohnt, sich über das Gesetz zu stellen? Tja. Ein Glück, dass es in Andromeda keine Gesetze gibt, hm? Ich bin zur Initiative gegangen, um mich zur Ruhe zu setzen. Dann ist die Nathanus auf die Geißel getroffen und BÄM! Ich bin hier wieder aufgewacht. Was ist passiert? Wo ist die Arche? Keine Ahnung. Ich musste mich selbst aus meiner verdammten Stase-Kapsel befreien. Ein solcher Absturz hätte Sie töten können. Diese Kapseln sind stabiler, als sie aussehen. Der Großteil der tyrianischen Population wird noch vermisst. Darunter auch Mason, unser Pathfinder. Allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen, also lebt er noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Der Sam-Kern könnte zerstört worden sein, als die Nathanus auf die Geißel getroffen ist. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Mason hat Andromeda sein Leben gewidmet. Er ist zu stur, um jetzt zu sterben. Das hoffe ich. Wir brauchen jeden Pathfinder, den wir finden können. Die Trümmer- und Stase-Kapseln der Nathanus sind über den gesamten Sektor verteilt. Unter uns gesagt, irgendetwas werden wir schon finden. Sie gehen nach links, ich nach rechts? Tja, so in etwa. Hier ist meine Frequenz. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Okay, also wir schauen uns einfach nur auf diesen Planeten um. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, neben Missionen gibt es hier noch. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen. Oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit Ihnen zurück zur Nexus. Gut. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls Sie irgendetwas von der Arche Nathanus finden, markieren Sie es zur Bergung. Oh, und danke. Ich finde diese Farben auf den Gesichtern Tyriana. Ach du. Ach du Dreck. Oh boy. Was habe ich getan? Ich hätte die Mission ignorieren sollen. Yay. Stars, die Kapseln suchen. Oder Kapseln halt. Verdammt. Das wird was. Ich will da noch nicht runterhopfen. Okay. Step by Step Karte entlang. Das machen wir später. Das runterhopfen. Alles links von mir. Alles links von mir. Ich hoffe, sie verschwinden nicht, wenn ich näher komme. Das macht das Spiel gerne zwischendurch. Essen Sie nichts von dem, was Sie sehen. Nicht in diesem Gebiet. Danke für den Hinweis. Ich darf nicht Baby essen. Hm. Verdammt, das verschwindet, sobald ich näher bin. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Was ich wirklich mag. Der vorderste Dreck. Diese Mission hätte ich ignorieren können. Unter Spannung hier. Ja. Voll cool. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Ja. Danke, Sam. Danke, Sam. Danke, Sam. Uh. Super-Champ-Rider. Super-Champ-Rider. Oh. Ja. Diese Mission hätten sie sich von mir stecken können. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Ja. 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 Die Missionen kann man sich sparen. Die braucht niemand. Warte. Ja. Noch weit. Genau. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Danke, Sam. Danke, Sam. Sehr cool von dir. Sehr cool. Oh. Da gibt es noch Haufenweise. Oh. 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 Ich habe meine Singularität expliziert jetzt. Upgrade, people, upgrade. Was hatte das wohl für eine Funktion? War das eine Art Aquidukt? Wachsam bleiben. Wir wissen nicht was da unten ist. Vertrauen Sie keinem Ding das von den Relikten kommt. Schon gar nicht ihrem Riesengraben. Okay. Das wird wahrscheinlich die Hauptmission sein, gehen wir links rüber runter zuerst. Das schaut noch weit zuerst. Warte, ich habe das Spiel gerade Nein gesagt, darf ich da nicht runter? Sie können mir doch nicht Nein sagen. Dann gehen wir den normalen Leute Weg ausnahmsweise. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Dankeschön. Ohne Autos haben die keine coolen Texte meine Mates. Seinen Käfer können wir ja gar nichts. Ja. 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 Ich habe eine Munition auf. Put these four logs. Die zu, du mich die zu. Was haben wir sonst noch, wie cool das? Auch ein Parts. Aber sind hier auch ein Parts. Vor mir ist irgendeine andere Mission. Wie habe ich da alles verfehlt gerade? Glitch irgendwie durch den Combat nur durch. Krass. Danke. So cool der Jetpack auch ist. Mir kommt frei, macht das Spiel unflüssiger. Was haben wir hier? Überreste. Das heißt. Dann nehmen wir es an. Eine Render. Hat er sagt. Die Mission. Ja. Render in der Mission ist vorbei. Schon weiter Super Jump Rider. Oh. Mehr Relikte. Oder ein Snapper raus. Dann nehmen wir eben eine nette Überraschung da drüben. Ich weiß, was ich. Das ist etwa Trend. g driver. Oh, wer sind Sie? G스� traveling. Okay. Da sind viele Feinde am Schand. Schaut damit. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Wir wissen es, wir wissen es. Was haben wir hier unten? Ops, ne, aber... Ich glaube nicht mal decken, dass ich... Krass. Gute Arbeit. Bibi, Granate! Bibi frisst einfach Granaten. Gute Arbeit, Bibi. Schön geblockt. Kostet nicht Einsatz. Oh, da ist der Snapper. Wir haben Ziele! Da ist so ein kleines Ding da. Es wird doch das Wilder Riders auszuschocken. Ich hoffe, wo ich den High Grunt habe. Versuch doch, wie ich aufreisen! Ja, das wird er. Bisschen mehr Masse als du. Und Überreste. Guter Dodge. Huch! Wrex nun kommt für Main Grunt mid. Main Grunt's mid. Und Grunt ist schon selber ein eigener Name für einen Masse-Attack-Charakter. Grunt ist eigentlich die Fost-Shot-Mann-Dieblings. Für Gana. Hey. Nein der im Boden liegt. Ok. Haben wir uns mal durchgekämpft. man hätten sollte man in einer stunde schaffen die werte zeigen dass alle turianischen wrackteile auf haval gefunden wurden gut sagt unseren bergungs teams sie sollen sich an die arbeit machen und sie abholen und was gibt es jetzt noch hier zu tun da haben wir eine mission ah ja ich weiß schon die gespräche und ich glaube das bist du gestiegen sieht aus als wäre das unser einziger weg hinein es scheint nicht aktiv zu sein ich könnte mit dem scanner eine analyse durchführen pathfinder ja was analysieren wir ich sehe nicht viel nämlich hier 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 ich hab's das war alles naja das war wirklich alles eine kleine versteckte konsole ok wie spät ist es ich glaube das schaffen wir noch probieren wir es nicht zu lange dauern wo ist geplant dass ich hier rauf rupfen soll wir sind im gewerbe baby okay dann wollen wir mal das cool aus nichts zu sagen baby ob sie warten drüben ah ja schön für euch dass ihr euch teleportieren kannst das wird ein langer aufstieg naja kann sein blut blut ich brauche nur kupfer das geben sie mir zu wenig wahrscheinlich der wüstenplanet da geh ich da meinen kupfer ja ja jo rauf hier wir warten wieder unten lasst mich ruhig alleine vorausgehen kein problem kein problem gut da auch sie auf hey wo ist baby hey vor mir ok ich frage mich ob die weisen dort oben irgendwas über die relikte wissen naja selbst wenn werden sie ihre geheimnisse vermutlich eh nicht mit uns teilen nein vermutlich nicht nein vermutlich nicht die haut da ich möchte runter hopfen vater sagt gehen wir runter bitte hoffe du wirst dir porque blut Ich habe gar nichts gesehen. Was war jetzt so interessant? So, gehen wir besser nicht runter. Was ist gerade passiert? Ich habe gedacht, warum? Oh, das ist ein Behälter, also kann man da doch rauf. Ohne Probleme. Wie verrückt denn dagegen darum? Okay. Wir brauchen doch gar keine Brücken. Ich ziehe mich da ein bisschen durch. So viel Gewalt. Was hast du heute oft gesagt? Ich glaube, du magst einfach keine Relikte leiden sehen. Wenn wir den Weg entlang, den wir gehen sollten. Ohne. Da muss ich aufrufen. Oh. Oh. Cool, cool. Ja, coole Aussicht hier. Nicht darauf. Yeah. 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 Das ist cool. Und mit dieser Aussicht beenden wir jetzt die Folge. Peace. Salt.